Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe jetzt gerade eins zu Schuss Naja, war mal automatisch Shit Geht sie gut? Anscheinend ja Ich gebe Deckung Shit Unsere Kollegen Nein Ich werde euch als Zivilisten Verdammt Scheiße Scheiße, wir haben hier Verletzte und Tote Verstanden Missfit-Führung, hier 1-3 Rauche sofort Käse weg Verstanden? 1-3 verstanden Sind endlich so weit Halte durch, auf Das ganze gefällt mir nicht, überhaupt nicht Shit Was stehen denn da so rum? Wissen nicht was los ist Das ist gar nicht gut Hier sind noch mehr Sekundärdraht Sekundärdraht Verstanden Kacke Wir ziehen jede Menge Aufmerksamkeit auf uns Wo ist das Problem? Kap den Draht Ich schneide erst, wenn ich weiß, wo der Draht hingeht Blackburn, du bist freiwilliger Folge dem Draht Ich bin freiwilliger Ich bin freiwilliger Ich hab nicht gerade gar nichts Mann Äh, eh Oh, da steht Exit Oder? Ja doch Und sogar auf einer anderen Sprache Arabisch Oh Gott Das ist im Alleingang in der Waschküche Mach ich doch Alter Ich hab irgendwie gerade Fremdenbrüche Das verstehe ich nicht Jedenfalls muss ich da jetzt kauchen Oh Gott Im Lüftungsschacht Uah, ne fette Ratte Und Alles in Ordnung da drin? War nur noch ein scheiß Beben Mach dir keinen Kopf 1,4 ist ganz verstärkend hier Sieh zu, dass du den Draht durchschneidest Oh, okay, hier ist sicher Hoffe ich doch Keiner da Ähm Einfach mal ziehen Nein Du mieses Schwein Aua 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 Kleines Arsch Terroristen Schwein Du He he Aua Das war knapp Oh cool Was ist das denn? Ich Ähm Nein, meine Kollegen Verdammt Oh Gott Oh Gott Wo komm ich raus? Wo komm ich raus? Wo komm ich raus? Wo komm ich raus? Kollegen Nein Oh Gott Alter Scheiße sind das Freunde Wo, wo, wo? Einfach auf der Straße irgendwo? Selten habe ich gerade was gesehen Oh Gott Ah Nein Nein Lauf, 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 lauf Mach ich 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 Kann ihn natürlich nicht rüberspringen Ist ja klar Oh Gott Verdammt Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Das war jetzt knapp Äh, was wie? Schiff, meine Deckung Das ist ganz äh Unschön hier oben Oh Gott, ich bin hier fast weg Ich will aber auch nicht aufstehen, weil dann bin ich noch mehr in der Sichtfeld Scheiße Ich muss erst mal die Rogen um die platt machen Na los, komm Stuh Oh, Alter, ich muss hier runter von der Brücke Verdammte, Granate Verdammte, Granate Ich hoffe, dass die jetzt nicht Unwahr Na, aufsteh doch nicht Wir ziehen sich zurück Gut Ich konnte ihn grad da gar nicht abschießen, irgendwie auf dem Fahrzeug Keine Ahnung warum Wo ist den Osten? In welcher Richtung? Ich hab hier keinen Kompass Da drüben Gut, 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 ich bin nur unterwegs Oh, verdammte, das ist hier Einen Scheiß, ein Scheiß, ein Scheiß, ein Scheiß Komm, komm, komm Na super, da seh ich jetzt drauf, dass ich noch mehr ungeschützt bin Oh, verdammt Oh man, es ist heiß gelaufen Noch launen Okay, ähm Was ist jetzt los? Shit Oh, verdammt NEIN Ah Mission Aufstand Oh mein Gott Was ist denn hier los? Bitte Wow Oh Sie behaupten also, Sie waren nach dem Erdbeben bewusstlos? Ja, Sir Sparen Sie sich das, Sir, das wird Ihnen nicht helfen Weil Sie mich so oder so foltern werden So arbeiten wir nicht mehr, jetzt lassen wir Sie einfach von der Bildfläche verschwinden Ganz toll Wie lange waren Sie bewusstlos? Die Sonne war untergegangen, als ich zu mir kam Da war ein Funkspruch Wie lange genau? Sechs Stunden Acht Das ist wichtig War das ein Zug? Sind wir am hatter Punkt? Konzentrieren Sie sich auf die Frage, bitte Ich war noch ziemlich benommen, als ich mich rauszog, deshalb weiß ich's nicht Und es war dunkel Als Sie sich rauszogen, waren Sie begraben? Ich konnte etwas erkennen Sie sagten doch, es war dunkel und Sie waren angeschlagen Machen Sie sich lustig über mich? Wir sind nur zum Vergnügen hier, Sergeant Blackburn Unterhalten Sie uns, na los Wenn Sie das sagen Es war also dunkel und Sie waren angeschlagen Und nach dem Beben sahen Sie etwas Was war das? Was war das? Oh man Das geht ja ganz schön ab hier Uhuhuhu Und irgendwie Die beiden Kollegen da sind nicht so freundlich Was wollen die von uns? Ähm Sie behaupten also, Sie waren nach dem Erdbeben bewusstlos Ja, Sir Was ist denn das jetzt? Wieso denn normal? Ich hab doch, hä? Mit keiner Fehler jetzt aber, hä? Ich überspringe das mal einfach Und äh Ja Hm Okay Ist aber seltsam Oh Andererseits Hab ich eine bessere Idee Ich lasse Sie wählen Wen? Was denn wenn? Oh, kommen Sie Was ist denn? Leben oder sterben? Leben oder sterben? Oh, ihm sie Ah! 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 Verdammt Kann ich nichts machen! Ah! 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 meide die plr uns ja genau wir haben keine waffe aus dem messer das war es diesen auf jeden fall uns auf uns allein gestellt muss kollegen sind weg und wir müssen jetzt irgendwie hier weg schickt es ist nachts dunkel da wissen und noch eine obert verdammt die seh mich oder ich bleib einfach hier im schatten und lauf weiter ich bleib nicht stehen und geh mal katastrophenhilfe ja wie werden denn verhört war das denn Oh oh. Oh. Lass mich in Ruhe. So ein Scheiß hier. Alter. Weg. 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 Weg du. Ach du Mist. Verstecken wird als Anglisch krank und eingestuft. Scheiß Ratte. Süße Pfötchen. Oh. Mist wie ich. Okay. Hoffen, dass jetzt keiner kommt. Das ist eine riesen Tür übrigens. Kommt los. Warum ist die Tür so groß? Hm. Warum ist die Tür so groß? Hm. Wie jetzt so? Oh Gott. Ich wollte mich jetzt grad doken, aber er ging irgendwie grad nicht. Äh. Der hat mich grad gehört. Warum das denn? Na okay. Und Zeit dürfen wir nicht so lange warten, wa? Hm. Ha. Bin jetzt schon das zweite Mal gestorben. Ist ja super. Ja super. Ja super. Ja super. Ja super.